Musik Ja, hallo und herzlich willkommen zu ScreenMac. Ein Freund hat mich vor kurzem gefragt, wie ist das eigentlich? Wie kann ich selber meine MP3s zu Klingeltönen am iPhone verwenden? Das geht ja nicht so einfach wie bei einem normalen Handy. Und da habe ich ein bisschen rumgegoogelt und auch direkt was gefunden. Wer ein Mac hatte, musste auch gar nicht extra irgendwas runterladen oder so. Das kann man direkt mit GarageBand machen. Und wenn man ein bisschen guckt, ist das auch sehr offensichtlich. Wenn ihr ein neues Projekt bei GarageBand 09 startet, hier auf iPhone Klingelton klicken und dann Voice auswählen. Das ist am einfachsten. Und dann speichert ihr irgendwo halt euer Projekt ab, wie ihr es auch nennen wollt. Jetzt ganz einfach Klingelton. Und dort könnt ihr dann jetzt eure MP3 einfügen und euren Klingelton machen. Ich zeige jetzt mal, wie das geht. Ich wähle jetzt hier mal einen Titel aus. Ich ziehe ihn hier rein. Er ist unter der Creative Commons Lizenz, also darf ich ihn hier verwenden. Von Professor Kluik Plastic and Flashing Lights. Und den will ich jetzt nun an einer bestimmten Stelle als Klingelton haben. Wichtig ist, ihr dürft nur 40 Sekunden verwenden für euren iPhone Klingelton. So, jetzt suche ich mir die Stelle hier raus. Die ist ja noch etwas leise für den Klingelton. Also gehe ich hier an die Stelle. An diese Stelle, da will ich den Klingelton haben. Und schneide mir das einfach hier ein bisschen zurecht, wie man so das von GarageBand kennt. Mal gucken, ob es jetzt stimmt. Ja, genau. So ungefähr will ich das haben. Und wichtig ist, dieser gelbe Balken sagt euch, wie der Klingelton, wie lang der sein soll. Also ein Klingelton wiederholt sich ja irgendwann immer. Und das ist dieser gelbe Balken. Und wo dieser gelbe Balken endet, da wiederholt sich auch immer wieder der Klingelton. Also ich finde die Länge vom Klingelton ziemlich okay. Und siehe das jetzt auch hier so lang. Man kann den auch ein bisschen rüberziehen. Der gelbe Balken sagt ja dem Klingelton, wie lang er sein soll. Also bis hier. Und dann klicke ich auf Bereitstellen. Klingelton an iTunes senden. Und nun macht er mir hier den Klingelton bereit. Jetzt findet ihr in eurer Mediathek in iTunes den Punkt Klingeltöne. Ich spiele ihn auch schon direkt ab. Klingeltöne. Und wenn ihr das nächste Mal euer iPhone an euren Mac schließt, dann könnt ihr Klingeltöne ganz einfach synchronisieren oben an Punkt. Und da findet ihr dann halt eure Klingeltöne, die ihr selber gemacht habt. Höchstens können diese Klingeltöne, wie gesagt, 40 Sekunden gehen. Ja, ich finde es auch, es ist nicht so umständlich, diesen Klingelton zu machen. Ich finde, wenn man da seinen Lieblingstitel dann auch mal so auf seinem iPhone haben will, dann kann man das auch schon mal so machen. So schwer ist das ja nicht. Und mit GarageBand macht sowas ja auch Spaß. Da kann man natürlich auch selber mal seine eigenen Klingeltöne entwerfen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Screencast bei ScreenMac. Abonnieren und keine Videofolge mehr verpassen. Ciao.